Das ist Mikkel Friesholm, ein echter Nordmann aus Dänemark. Aber er macht keinen Hotdog oder Smörrebröt. Er macht die beste Schokolade der Welt. Dein Kopf macht's. Wie er zum besten Schokolatier der Welt wurde? Das ist seine Geschichte. Mitten im Nirgendwo am Rande eines kleinen Dorfes steht Mikkels Schokoladenfabrik. Hier verfolgt er seine Passion. Ich möchte immer wieder die beste Schokolade der Welt machen, weil es viel Spaß macht, etwas so einzigartiges herzustellen. Massenproduktion macht mich nicht glücklich. Kaum ein Tag vergeht, wo er seinen Schokoladentaum nicht lebt. In seinem kleinen Labor entstehen die Kreationen. Wegen dieser Kreativität räumt der 50-Jährige seit 2014 jedes Jahr bei den International Chocolate Awards ab. Die Weltmeisterschaft der Schokoladenhersteller. Seit 2008 ist er im Schokoladenbusiness. Doch der Erfolg ließ erst mal auf sich warten. Das erste Mal, als ich die Goldmedaille gewann, das war für eine unserer Milchschokoladen. Da kam mein Sohn und fragte, heißt das, sie ist echt die Beste der Welt? Und ich sagte, ja tatsächlich, das ist die Beste. Und das zu sagen, hat sich echt gut angefühlt. Seine Kinder sind heute noch stolz auf ihn. Trotzdem hat sich seit dem ersten Sieg viel geändert. So ruhige Momente wie hier in seinem Garten hat er selten. Wenn ich entspannen will, gucke ich zum Beispiel einen Film mit meinen Kids oder lese ein Buch. Früher habe ich Musik gemacht, viele Gesellschaftsspiele gespielt. Aber heute ist mein Hobby die Schokolade, mein Beruf und mein Hobby. Deswegen steht seine neue Fabrik auch nicht weit von seinem Reet-Dach-Haus entfernt. Die meiste Zeit verbringt er hier. Das war nicht immer so. Eigentlich ist Mikkel gelernter Koch und arbeitet lange in der Spitzengastronomie. Erst spät entdeckt er in Los Angeles seine Passion für Schokolade. Dabei hilfreich sein guter Geschmackssinn. Das Beste an Schokolade ist, wie sie im Mund schmilzt. Da macht ein Kopf. Und der Geschmack zusammen mit dem Schmelz ist etwas sehr befriedigendes. Außerdem sind in Schokolade winzige Mengen Amphetamine. Warum sollte man sie also nicht mögen? Mikkels Erfolgsrezept, er trennt für seine Schokolade Kakaobohnen nach Sorten. Genau das unterscheidet ihn von den großen Schokoladenherstellern. Sie wählen keine einzelnen Sorten aus, für sie zählt der Preis. Mikkel macht das genau andersrum. Und damit das auch jeder weiß, benennt er seine Schokoladen nach der Sorte, die drin ist. Wenn wir Schokolade machen, erinnert das eher an die Arbeit eines Winzers. Kaum ein Winzer würde wahllos Traubensorten für seinen Wein mischen, er würde eher einzelne Sorten wie Riesling oder Chardonnay für seinen Wein nehmen. Wir machen dasselbe mit Schokolade. Und ich war der Erste, der es so gemacht hat. Diese Idee kommt ihm vor einigen Jahren. Als Koch in Kalifornien entdeckt Mikkel seine Leidenschaft für die Schokolade. Er kehrt nach Europa zurück und recherchiert über Schokoladenherstellung. Durch ein Förderungsprojekt der dänischen Regierung kommt er nach Nicaragua und entdeckt dabei die Unterschiede zwischen Kakaosorten. Gleichzeitig baut er eine enge Verbindung zu den örtlichen Farmern auf. Seine Lieblingsbohnen kommen bis heute aus Nicaragua. Ich arbeite gerne mit den Menschen aus Nicaragua. Der Kakao hat einen guten Geschmack und sie arbeiten hart. Außerdem gibt es dort keine Kinderarbeit. In Westafrika, wo 70 Prozent der Kakaobohnen herkommen, ist Kindersklaverei auf den Plantagen Gang und Gäbe. So werden Kakaobohnen billig. Aber das widerstrebt mir. Wir wollen kein billiges Produkt. Wir wollen das beste Produkt für alle. Der Däne macht aus der Kakaobohne eine Wissenschaft, analysiert jeden Prozess genau. Zum Beispiel die Fermentation. Dabei durchlaufen die Bohnen in Holzkisten einen Gärprozess. Die Temperatur steigt auf circa 50 Grad. Die Keime sterben ab und der bittere Geschmack geht weg. Während des fünftägigen Fermentationsprozesses werden die Bohnen durchmischt. Das heißt, von einer Box in die andere geschoben. Bei Mickels Bohnen passiert das aber nur ein-, zweimal. Dadurch bleibt der Originalgeschmack besser erhalten. Mickel zeigt den Unterschied, den eine einzige Durchmischung ausmachen kann. Mit uns macht er ein kleines Experiment. Du probierst jetzt zwei Schokoladen. Dieselbe Sorte. Beide fünf Tage fermentiert. Die erste haben wir dreimal durchgemischt. Die zweite nur zweimal. Hier die erste. 70 Prozent. Also ist echt lecker. Es ist aber auch nicht zu vergleichen mit der Schokolade, die ich bislang gegessen habe. Es ist ganz anders. Aber angenehm. Und hier haben wir nur zweimal durchgemischt. Es dauert etwas länger, den Geschmack zu entfalten. Aber wenn er kommt, ist es viel intensiver und komplexer. Ja, also ich hätte es nicht gedacht. Es sind wirklich Unterschiede. Die erste war lecker, sehr lecker, aber mild. Und die zweite war am Anfang mild. Und dann, wie du es vorgesagt hast, kam da echt ein Knaller. So eine Explosion im Mund. Voll mein Favorit. Also die zweite finde ich spannender. Mickel hat ganz allein angefangen. Heute hat er acht Mitarbeiter. Sein Team ist wichtig, denn in seiner Schokolade steckt viel Handarbeit. Es gibt keine klassische Produktionsstrecke, wie man sie von großen Produzenten kennt. Stattdessen stehen hier teils antike Maschinen. Maschinen, für die der Däne anscheinend ein Faible hat. Das ist unser Conchierer. Hier findet ein Prozess statt, der ziemlich einzigartig ist. Beim Conchieren massieren wir sanft die Schokolade. So bekommt sie Textur und Geschmack. Die Maschine ist wahrscheinlich 100 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus Dresden, wird aber erst seit 1963 nicht mehr hergestellt. Wir haben ein paar Teile aus Bronze drinnen gefunden. Dadurch können wir sie auf etwa 1910, 1920 datieren. Eine Maschine, die anscheinend nur noch eher wertschätzt. Einen Raum weiter stehen auch moderne Geräte. Aber Mikkel hat wieder sein eigenes Ding gemacht und sich alle Maschinen, die er für die Produktionsschritte braucht, selbst zusammengesucht. Über viele Jahre in ganz Europa. Kein Wunder, dass er seinen Maschinen Namen gibt. Das ist unsere Verpackungsmaschine. Wir nennen sie Bertha. Hat nicht jede Firma eine Maschine wie sie. Also, das ist Bertha. Mikkel Friesholm hat über die Jahre sein ganz spezielles Schokoladenrezept entwickelt. Er setzt auf beste Kakaobohnen, besondere Maschinen, egal ob alt oder neu, und die Schokolade als Wissenschaft. Zu guter Letzt hat er noch eine Geheimwaffe. Zeit! Die Produktionszeit unserer Schokolade beträgt rund zehn Tage. Wir nehmen uns die Zeit, damit derjenige, der sie isst, das gewisse Extra bekommt. Eine Schokolade aus Massenproduktion wird zehnmal so schnell hergestellt, aber sie schmeckt auch zehnmal so langweilig. Das unterscheidet Mikkel deutlich von anderen Schokoladenherstellern. Das zeigt sich auch im Preis. Eine 100 Gramm Tafel Schokolade kostet im Handel zwischen 10 und 12 Euro. Bis er von seinem Traum gut leben konnte, hat es lange gedauert. Aber Mikkel hielt immer daran fest. Sein Motto? Hinterfrage alles, was du machst, aber zweifle nie an dir selbst. Frage dich ständig, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich das besser machen? Er hat sein Ziel nie aus den Augen verloren, nie aufgegeben und immer weitergemacht. Wenn du Sachen machst, die noch nie jemand vor dir gemacht hat, brauchst du einen starken Willen. Wenn du zu früh aufgibst, wirst du dein Ziel nie erreichen. Dank seinem starken Willen und seiner Leidenschaft ist eine Schokolade entstanden, die es so kein zweites Mal gibt. Zum Abschluss dürfen wir noch ein weiteres Mal probieren. Inklusive Tipps vom Schokolatier. Denn man fragt sich schon, wie isst man so eine Schokolade eigentlich? Nun probierst du einer meiner dunklen 70% Schokoladen aus Nicaragua. Eine klassische dunkle Schokolade. Als erstes musst du daran riechen. Dann kannst du sie zerbrechen. Dann ein wenig kauen, aber nicht herunterschlucken. Lass ihn deinem Mund schmelzen für mindestens 20 Sekunden. Zeit spielt also nicht nur bei der Produktion eine Rolle, sondern auch beim Genießen. Ich muss sagen, mein Fazit für heute. Es ist einfach eine sauleckere Schokolade. Du hast mich absolut überzeugt. Solche gute Schokolade habe ich noch nie gegessen. Danke. Mikkel hatte einen Traum. Richtig gute Schokolade zu machen. Ganz klein angefangen hat er sich mit viel Arbeit seinen Schokotraum erfüllt. Heute macht der Däne, der aussieht wie ein Wikinger, die beste Schokolade der Welt. Schokolade ist meine Berufung und mein ganzer Lebensinhalt. Es ist die Sache, mit der ich etwas erreichen kann. Zum Beispiel für die Farmer. Schokolade ist mein Leben. Ich arbeite in meinem Leben. Ja.